Onkel Bernis Butze Fernsehen nach Blöden Hadiho und jiiiihha Die Entscheidung ist gefallen. Vielen, vielen Dank für eure großartige Bezeitung am Voting. Onkel Bernis Butze am Stück oder in drei Zeilen und wie habt ihr euch entschieden? 155 zu 109 für einen Klumpen. Also ab jetzt gibt es Onkel Bernis Butze wieder in einem Stück und ihr könnt nicht nur abonnieren und kommentieren und all diese schönen Sachen, sondern ihr könnt auch auf Facebook uns liken, Onkel Bernis Butze und da täglich sehen, was bei uns so los ist. Nicht nur On-Scene, sondern auch Behind-the-Scene quasi. Und ich glaube, jetzt träufle ich mir irgendeinen Saft ins Auge. Ich schätze mal Zitrone. Mahlzeit! Schönes Ding.